oh was deshalb bist du gerade alter was für ein heftiger diesig war das denn wo fährst du lang hier ist doch irgendwo versich wir sind schon dran vorbei deswegen habe ich das nicht erkannt siehst du aus wie so eine holzfällerfarbe so erstmal ein paar heubäume schlachten hier sag mal kommen jetzt alle wieder raus die eine waffe an ich freue mich ist nicht wichtig was sind es unsere liebe unsere liebe 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 oh 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 Musik Das alles verkaufen ist cool Hä, wo ist dein Quad hin, Max? Alter Hä, wo ist dein Quad hin? Wer hat das gerade geglaubt? Ah, sag nicht, du hast es Du kannst sonst ins T-Menü nicht rein Ja, dann schließt man mal kurz auf und dann wieder zu Ja, und währenddessen ich im T-Menü drinne war Hä, was? Das geht? Ja, währenddessen ich im T-Menü drinne war, hat er sich draufgesetzt und ist losgefahren Alter, wie asozial ist das denn? Wo ist er denn? Weißt du, wo er hingefahren ist? Ja, da runter in die Stadt Du Mist Ja, da runter in die Stadt 16 Meter Wo bist du auch beim Markt? Du hast mich überfahren gerade Hä? Du stehst jetzt gerade auf mir drauf Ich bin doch gar nicht woanders Ah, nee, das ist der scheiß Typ, der mein Auto hat Du, Trani Aber erst mal mich beschleunig, wo bist du denn? Sag doch mal, wo du bist Hier am Markt Ach, da ist der Typ Nein, jetzt hier kam kein Oh nein, ich hab den Bug Alter, wie mies ist das denn? Der hat sich ja durchgeglitscht Hast du den Namen? Gefangen Was ist denn das für Polizisten? Ja, das ist auf jeden Fall sehr Hört sich fast genauso an Weil was machen denn die sechs Polizisten? Lassen sie sich Total zuverlässig auf jeden Fall Steck mal auf, Max Steck mal auf und wir fahren ja mal ein bisschen rum Du sagst mir, ob wir Was ist das? Das ist Ah, nee, doch nicht Jetzt kommt hier eine Polizei, Papa Ich komm nicht rein, Hannes Mach mal auf Gut, so Ein paar Ja Hat irgendeiner von euch ein Quatter drauf gesehen? Denn mein Freund hier, dem ist ein Quatt gestohlen und der ist hier reingefahren Nein, bitte Nehmen Sie eine leere Flasche oder so? 501 Meter, Hannes Äh, Idioten Okay, gut, dass ich es gerade nicht Der hätte vielleicht mal Polizisten überfahren sollen Ja, klar Ja, klar Äh, toll Warte, stopp Leise Hörst du das? Das ist er aber noch nicht Lass mich mal aussteigen Äh, Max? Hm? Hinter uns Ne, das passt nicht 232 Versuch mal ein Quatt Hast du, hast du vielleicht hier ein schwarzes Quatt gesehen? Es ist hier, Hannes, es ist hier Du hast auch eine Waffe, kannst du uns vielleicht mal helfen, weil wir haben das Quatt gefunden? Also irgendwo ziemlich nahe Stopp! Bleib doch mal hier Alles Auf dem Server Warte mal, komm ich hier vielleicht mit dem Quatt lang? Oh, ich komme sogar durch Warte, warte, warte Ich komme Ich komme zur Hilfe Ah scheiße, ich komme nicht mehr raus Nein Jösss 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 ich bin tot ist das dein quatsch hier ist das ist das dein quatsch hier ich bin tot ja dann kommen wir schnell wieder her wie denn ich will nicht respawn warum weil wenn ich zehn minuten tot wird werde ich wiederbelebt zernholt ach diese respawnzeit alter ja gut wie viel sannis haben wir ich habe schon gerade eine nachricht gekriegt maximilian sammeln unterwegs vier minuten zumindest einer der hier arbeitet auf dem server auf jeden fall mal kurz lauter meinst du dass es der notarzt ist das klingt irgendwie mehr nach dem clown aber warte mal ich glaube ich weiß wo der ist das klingt wie gut wie gut wie gut wie gut wie gut dabei? Nein. Oh, was ist denn hier? Alter, jetzt kommen auch noch Gewehrschüsse. Das ist der Cloud des Todes. Der Cloud des Todes! Oder? Na ja, kauf du einen und ich hol mir von meinem Restgeld einen Rucksack nochmal. Genau, ich müsste auch mal einen Rucksack holen. Ach so, warte mal. Alter, was geht denn hier falsch auf den Mahl? Die fahren wie die Henker. Habt ihr überhaupt einen Führerschein? Falsche Frage. Da musst du dem ACAD mal fragen. So wie die rumfahren. Das ist die Rucksack holen. Das ist die Rucksack. Musik So, warte, setze ich erstmal kurz was. Äh, benutzen, 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 benutzen. So, und danach. Alle ins Auto, ins Auto, ins Auto! Was geht denn hier schon wieder falsch? Oh mein Gott, oh mein Gott! Was war das für ein Kaliber? Das waren ja zwei Waffen, ne? Zwei und das eine muss echt fett gewesen sein. Ja, das war, das war ja ein Minipanzer. Das war auf, was für ein Serverspiel? Ja, bitteschön. Das ist auf jeden Fall total cool, du verpasst ja einiges. Ach, hast du gesehen? Der Clown des Todes wurde getötet. Ironie des Lebens. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Ja, ha, ha. Das war ja auf dem Markt gerade so, dass der aktuelle Shit. So, ich wollte, ich wollte nicht so schlafeinig bremsen, weil ich ganz genau gehört habe, wer hinter uns gefahren ist. Also, da bin ich einfach mal hier reingeprettert ins Furcys-Feld. So, ich glaube, wir haben sogar überlebt. Also, das war was der Overschit. So, okay, mal schauen, ob wir ihn jetzt zu hören. Was ist denn ein GPS, muss ich auch mal kaufen? Ist auch ein GPS? Äh, ne, ne. Aber wir müssen doch dann fast die 25.000 haben, oder? Also, das war's, das war's, das war's. Sag mal, kommen jetzt alle wieder raus, die eine Waffe haben, oder was? Na, jetzt sind nur noch zwei Polizisten online. Boah, es wird auf jeden Fall ein halbwegs cooles Video. Zumindest für manche Passagen. Den Rest, den Rest hier, äh, mag ich einfach hier, äh, wie nennt sich das eigentlich, professionell beschleunigen. Ich. Eat up. Zeitraffer. Zeitraffer, genau, so hieß das. Machen Zeitraffer einfach drauf. Und zwar, warte, und zwar beginnt er... Jetzt. Jetzt. Also, sprechen wir jetzt ganz hoch. Ja, 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 ja. Wie, 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 wie. Ich konnte jetzt gerade nicht sagen, ob das Ludwig oder Hannes war. Danke. Max, ich lieb dich auch. Ja, 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 ja. Hört sich an, als ob mein Mann den rausgenommen worden ist. Hört sich an, als ob ich es jetzt was rausgenommen worden ist. Ich wollte dich super gerne mal in den 8.23. Mach dich super gerne mal in den 8.23. Mach dich super gerne mal in den, nicht mal. Ein, wir geben. Ja, mein Räumer ist nicht wichtig. Was ist denn jetzt unsere Tümer? Unsere Leber! 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 Das war das gesamte Löse-System, oh, Alter, ich hab das Gefühl, meine Stimmbänder kommen hoch. Alter, das hat echt nicht gut getan. Die haben, die haben so schnell, die haben, die haben Schallgeschwindigkeit evitriert. Oh, Alter, das war echt ein schönes Gefühl. Dann schnallte ich das Video und dann... So, warte, komm, dann fahren wir noch zur Garage. Ach, warte, dann bringe ich aber das Geld schnell. Ähm. Ich verschiebe das mit dem Geld, wir fallen jetzt zurück dahin. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Schüsse! Schüsse! Oh, mein Gott, ich wollte dich supergeil mal in den... Achso, du hattest ja nicht Ludwig, oder? Oh, mein Gott, ich wollte dich supergeil mal in den... Richtig mal eine geben im Bett, ja! Oh, mein Räuber ist nicht wichtig. Was sind jetzt unsere Liebe? Unsere Liebe! 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 Das war jetzt der Sammlungloses Film. Oh, Alter! Ich habe das Gefühl, meine Stimmbänder kommen hoch. Alter, das hat technisch gut getan. Die haben so schnell, die haben in... Die haben Schallgeschwindigkeit hier vibriert. Alter, das war eigentlich kein schönes Gefühl.